Und ihr könnt ruhig, Angelina ist ein schöner Name, nicht wie Aneta, Marie, alles mit A, Susi auch, Marie, Erna und was auch immer. Wie harte! So, ich meine, ihr könnt natürlich die harte Abteilung bringen, ich habe auch eine CD, die heißt Rahmenschwarz und das ist aber ein bisschen zu hart. Ja, können wir, können wir, können wir, fallen euch die Ohren. Also richtig, nicht was Heine macht, sondern richtig heftig. Deutsche, Marlene, sie geht auch noch, ja, geht auch noch so. So, also wir üben das jetzt mal, Angelina. Und ich weiß, man kann sich schön bewegen. Mädels, stelle vor, es ist Sommer irgendwo am Strand. Wir üben das jetzt mal, also es geht etwa so. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and pray, welcome for me, your happy common hope. So geht es. Achtung, Herr Kappermiser.